So, heil, hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Ich bin euer Neonatorer und darf ja nicht vergessen, hier zwei Sekunden dann vor der Synchro hier zu machen, aber naja, egal, gut. Also, übrigens, wir spielen heute Battlefield 4 auf Zangbuo 3.11, Team Deathmatch, mit dem lieben Nick. Nö, ich bin nicht dabei. Ah, warum? Weiß ich nicht. Ah, siehst du, du bist dabei. Wenn du deine Stühle, ich bin dein Unterbewusstsein. Aha, du bist also mein inneres schlechtes Gewissen. Äh, ja, so ungefähr. Oder auch deine wildesten Triebe und sowas, das könnte man auch sagen. Jetzt krieg ich aber Angst vor dir. Oh was, ich hab den ersten Tür gemacht, was ist denn los? Okay, Feind Nummer 1 wurde ausgeschlossen. Jetzt suchen wir die anderen. Nicht wirklich, oder? Ja. Alter, willst du mich verraschen? Verdammt, Bixer. Alter. Da schießt den IG-Mann, verpisst sich und dann tüttelt er mich noch. Arschloch. Böse, böseste Arschloch. Ja, ich hab bis jetzt noch keinen einzigen Gegner gesehen und da. Und da ist er doch. Ich hab noch keinen Gegner gesehen. Ja, der hat die Usas, die ist natürlich ein bisschen stärker. Das ist eine bessere Schrotflinte. Ja, heute mal mit Schrotflinte unterwegs, mal was ganz Neues bei mir. Ja, wir haben die Führung übernommen. Ja, genau, zwei Leute. Alter. Nice, ich hab mir noch mit der Granate gekriegt, die ich vor noch geworfen hab. So gefällt mir. Alter, das war grad'n Reflexkill. Habt ihr grad'n richtigen Reflexkill. Jetzt kommt angehen, oh, ich hab voll die Reflexe und so. Ne, erde die Zuckung, ne. Ja, genau, vom Wegen, Alter. Das ist schon mit diesem Lohn vom Battlefield. Weißt du, ich hau ihm mal eh wieviel rein. Hat nach 32 Gesundheit und mich tötet er natürlich. Alter. Schon mit diesem Lohn vom Battlefield, Alter. Das ist zum Kotzen. Wenn du schon von Logik sprechen willst, einer ist grad'n neben mir gespawnt. Ich hab'n ganzes Magazin im Grunde rein und hab'n immer noch 32 Leben, weißt du. Einfach nicht verrecken wollen hier. Ja, wer will schon verrecken? Wir haben halt einfach zu verrecken. Guck mal. Alleine haben einen Schuss rein, ne. Einen Schuss. Ja. 50 Leben weniger. Alter, ich geh' ja grad' mal so richtig gar nicht ab hier. Uh. Nein, 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 nein. Ich geh' ja mal ein bisschen andere Wege. Jemand muss den Beschuss auf sich retten! Und der Falle! Alter. Vier Schuss brau' ich für'n Typen hier. Wahr einfach nur, weil ich nicht zielen kann. Guck mal. 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 Ah, von oben sind aber auch welche. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Da oben, und geht runter. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Alter, du gibst das einfach. Ja. Ja, der ist mal neben mir. Und noch einer! Nein, den hab ich nicht gekriegt. Der wusste, dass ich da bin. Leute, mit dem hab ich schon mal gespielt, mit dem Sepp 07 irgendwas. Ja, dann liebe Grüße in diesem Fall, ne? Falls er guckt. Keine Grüße, der hat mich immer getötet, oft genug. Oh, der Harmen weg. Ja. Armer schwarze Karte. Kein schwarzer Karte. Alter, dass ich den jetzt hier nicht gekriegt hab ich gleich. Ist halt hier ne Schande hier. War dem nicht einer? Oder was? Ja, du bist tot. Nein. Nein, genau! Ja, ich bin ein Schilder da oben. Ich kann's. Wow. Witzigruh. Alter, jetzt geht die Runde, ne? Ich spule hier, du kleiner Fisser. Ich spule hier. Ja, und wenn ihr wisst, welche Karte ich jetzt habe, schreibt es einfach, ja? Ich schau extra nicht nach. Schreibt einfach, ähm, die zwei Nummern, die ihr denkt, dass ich habe, jetzt einfach mal hin, ne? Zum Beispiel 15, 20 oder sogar. Ja, genau. Hauptsache, ich muss erstmal messen, Alter. Oh, er juckt mich doch. Alter. Ich wurde grad ziemlich böse weggenatzt. Und ich will auch ein grünes Laser-Visier haben. Ich find das voll cool. Oh, dann musst du eh kein Hüftfeuer. Doch. Nein. Du vielleicht nicht, ich schon. Ich kann das. Mh, den Ding. Wer macht schon Hüftfeuer? Kannst du mit der Schatty machen? Ja, mach ich ja grad. Ich will ja grad mit der Schatty. Schatty geht das auch. Da kannst du den gerne... ...suchen. ...double kill. Alter, hast du die da weggefickt, ey? Ich hab's grad gesehen. Ich sterbe einfach. Ich hab's gesehen, ich renn zwei, weil sie mit einmal sind sie weg. Das sind beide umgefallen. Boom, boom, boom und weg. Oh, fuck. PP2000 war schneller als Schrottflinter. Bisschen, aber ich hatte auch wenig Leben. Nein. Die Kiki ist auch schneller, aber... ...macht nicht so viel. Damargie. Damargie, Damargie. Aber von vorn, von wo denn Junge? Von zwei Seiten nicht geschaffen. Tja. Wo's nennt man? Ficker. Dann alles Ficker. Alles Ficker? Ja, alles Ficker. Ja, alles Ficker. Wow. Das ist, das liebe ich am meisten. Man spawnt es und gleich wieder tankt. Wow. Das ist ein Witz, ey. Das ist echt ein Witz. Hier, lass doch mal einer bei uns da stormen, wo keiner ist, ey. Ich hab grad so einen Controller verrissen, weil ich mich grad nebenbei kratzen musste, ey. Ich hab grad so einen Witz. Ich hab grad so einen Witz geblüht. Sehr schön. Aaau. Meine Güte, wie oft hat mich der schon dreimal hat mich dieses kleine... ...Tat. Kleine Looter. Kleiner Looter. Neun Lutsch-Stapuletten zum Lutschen. Kennst du die Werbung? Lutschen! Alter, warum hab ich den Kill jetzt nicht bekommen hier? Das ist ja scheiße! Ich hab endlich mal einen richtig geilen Move und krieg den Kill nicht hier. Bin grad einfach an den vorbei gelaufen, hab den einfach in den Rücken geschossen und da war irgendwer schnell und hat ihn von vorne weggenutzt. Voll durch. Komm mal Probe. Pass auf, da ist noch einer. Ja, den hab ich ein bisschen übersehen. Nur ein bisschen. Ein bisschen. So, haren wir mal das Coyote drauf, ne? Nein, ich muss... Oh, muss ich nachladen! Der hat zwei HP und da muss ich nachladen, Alter. Ist doch ein Witz. Boah, Alter, fühl dich glücklich, du Pisser. Was ist denn das? Verringerte normale Höhenstreuung der Schüsse und begrenzte Streuung somit auf eine flache horizontale Linie. Ja. Ja, wahrscheinlich weiß ich nicht. Haben die so benutzt halt, ne? Ja, Versuch ist wert, würd ich sagen. Wenn's die Steuerung verringert, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Scheiße, zu spät gesehen. Fucking Claymore. So, jetzt haben wir mal ne blaue Schrotflinte hier. Bleue. Bleue. Bleue, bleue, bleue. Alter, wie geil das aussieht. Oh mein Gott. Also, das bustet ihr mal an. Nö. Niemals. Wo war der? Was kommt der von hinten? Ein Geschiss, ey. Ja, hat sich der gleiche erledigt, oder wie? Ne, Joker. Mit der MK5. Joker war's. Wir haben verlieren. Erschrecklich, ey. Was hat der Neo? Wo musst du denn hin? Jagd auf, Tja. Ja. Aua. Okay, das kann ich gar nichts. Also, die Schrotflinte so modifiziert, kann irgendwie jetzt nicht fehlen. Ja, genau. Versuchen wir's nochmal im Nahkampf hier. Das ist beschiss, Junge. Das ist beschiss. Ohne Witz. Ah. Schon wieder, was ich hauen sonst was. Wär's mir, wenn die Schrotflinte ein bisschen weniger streut. Ich hauen wieder, was ich wie viel rein, und hauen sonst in die Fresse an Kugeln, und dann rennt einfach weiter und tötet mich mit zwei Schüssen, oder was? Ja, natürlich hauen die mich wieder jedes Mal ein Hiddy, weißt du, ne? Am Aim-Bot an den Hälften. Ha. Hier der normale Mensch, hier der normaler Spieler, der fährt Spielweise, und dann kommt so eine Missgeburt, die sonst was machen. Ja, gehört aber auch irgendwie der Clue. Es ist ja Battlefield und kein Kindergarten. Ja, aber doch nicht. Ja, aber doch nicht so was. Ich haue mir halbes Mal G10 rein, mindestens. Und dann mit einmal kommt er da angeschissen mit zwei Schüssen, weißt du, und ich bin weg. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Ja, wir waren, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, wie sieht dann meine KD aus? Ich bin richtig, richtig gespannt, ob ich positiv bin, oder nicht. Nägel. Ich bin richtig. Ne. Hahaha. Joa, Schrottflendnis. Oh, ich wurde befördert. Wir schützen. Joa, 1613. Gerade noch positiv. Bin gespannt, ob ihr richtig getippt habt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. 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 Ciao.